hey leute willkommen zurück auf dem kanal von erklärungsnot und zur nächsten folge multiversus mit mir tim rocket und lungertraue grüßt euch alle zusammen grüßt sich tim grüße sind wieder am start der nächsten folge na mal schauen wie es diesmal läuft aber ein was muss man sorgen es scheinen auch viele leute zu spielen also jetzt matche zu finden ist kein problem ja irgendwas mit 1,5 millionen am stücker ohne leute wenn man crossbar spielt schon ganz gängig dann so was hast du für vorteile was ist das das habe ich schon wasser oder dann machen wir das so gut sehr gut ja dann schauen wir mal ja wir planen uns bitte das auch der ammo prepare yourself das ist englisch oder was also bei mir also standardmäßig deutsch jetzt Nein, das ist ein W-team. Oh, wow. Steht, hab ich. Das ist so geil, wenn man das richtig abteilt. Das ist so geil. Tschüss. Ne, ne. Ich mach mal wieder Platz. Schön. Sehr gut. Hm. Der Dan Foxy und Peluda. Hey. Da war der Doc bei Bugs Bunny. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. So geht das nicht. Das muss ich auflösen. Oh, ja. Wir gucken mal, ob das geht. Aber bis jetzt war es ja immer so, dass wir uns auflesen müssen. Schauen wir mal. Ja. Scheint immer mal zu gehen. Ich hab ja gelockt. Du auch oder so. Ja. Dann machen wir das. So. Gut. ja. 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 Und den Schadenreduzierung. Aber es ganz selten fällt mir auf, also ich spiel ja über die Xbox Series X. Und man sieht ja oben, wo die Leute drauf spielen. Und man hat eigentlich also PC oder Playstation 5. Aber Xbox Series X. Das weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt schon hatten. Selten. Da ist potenziell da. Also es gibt ja einige Leute, die die haben. Wenn dann auch ordentlich Leute mal das socken wird und da waren noch mehr auch Spieler am Stopp. So. Joach, wenn ich meine Brüse daste, ist die neue Brüse. Nein! Nein! Das heißt Ja. Du haste gewartet, dass er das socken ist. Ich werde es nicht mehr haben, weil ich meine Brüse darauf haga. Wenn ich das nicht mehr machen, dann wird es geschafft. Es ist kein Leben. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin nur mit diesen Schritten, weil ich da. Das ist so geil, die Kombination, die Mogisur. Alter. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ach, ich bin die Glase. Jetzt hau doch mal ab! Ooooooh! Das ist nervig, das ist halt nur weg. Kann ich nur weg, ne? Das ist halt nur weg. Aua! 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 Okay, das... Wusste ich mir doch überhaupt nicht, was das macht von diesem Steve Universe, wo da dieses Seil spannt. Welches Seil? Ach, der hat irgendwie so ein Ding gesetzt, dann ist er fortgelaufen, dann hat er wie so ein Seil gespannt. Keine Ahnung, was ist wo? Hm, keine, ich weiß nicht mehr. Ähm... Ja, Leute, man muss auch mal wieder was anderes spielen, oder? Kommt! Okay, immer noch das gleiche spielen. Wir müssen auch mal ein bisschen... Ne? Alter, dieses Doppel-Headset, ey, das killt meine Ohren irgendwann noch. Ohne Scheiß. So, dann nehme ich natürlich das, was du dabei hast. Ach ne, kann ich mit dir noch gar nicht machen, ne? Ah, ja, 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 ja. Okay, kann ich noch nicht. Schau da. Schauen wir mal, mit Wonder Woman habe ich auch lange nicht gespielt. Ne. Aber schreibt's mal rein, Leute, wo spielt ihr denn? Also spielt ihr auf Xbox, Playstation? Wird mich mal interessieren. PC. Genau. Also ich fände es wirklich mal interessant, so eine... Ja, jetzt repräsentativ, aber es ist so kleines bisschen zu wissen, okay, wo ist denn so der Stand, ne? Von den Leuten, die es dann sehen und... Wo ist es selber zocken? Also ich sehe ja wenig Xbox, muss ich auch nicht sagen. Also ich wüsste, ich wüsste wirklich gar nicht, ob wir es überhaupt schon gehabt haben. Gibt's schon aber selten. Gibt's schon aber selten. Und ich weiß ja, was ich mache, was ich mache. Also ist es dann nicht mal. Also ist es dann nicht mal. Also ist das so, wenn ich mache. Also ist das so, wenn ich nicht. ich muss noch zeit schütten jawohl raus mit dir besser ich habe ich noch wo ich den abgang macht jetzt kriegt ein halt nur weg das ist jetzt das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich ich muss mal ein bisschen das klingt falsch wenn du warst super so muss jetzt auch nicht verloren das soll auch mal sein kaffee ziller k zu dieser karakter Supermensch spiel ich nicht. So. Die hab ich am Anfang eigentlich auch ganz gern gespielt. Ach komm. Ich brauch Fallen legen und so. Warum nicht? PC, Playstation, nö. So, dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir den Rückstoß. So. Gut, ein Special hab ich mit ihr noch kein. Ist aber nicht so schlimm. Oh, in den uns rausgegangen. Och, meine Ruhe. Auflösen. Ach jo. Ist es aufgelöst? Na. So. Ja. Ist aber auch so hässlich, das Vieh. Quatsch. Hat bitte was für'n Cuphead. Eher Hut durch die Augen. Ja. Ja. Das stimmt. Oh, Tom und Jerry. Das hatte ich noch nie als Gegner. Nie? Ne. So. Das ist eigentlich nicht. Na gut, das brauchten wir jetzt nicht unbedingt. Was hast du? Den Kick nehmen wir noch mit rein. So. Das hab ich hier unten noch so. Oh, das ist aber eine ganz schlecht. Das nehmen wir mal. 25% Reduzierung. Als 20% Reduzierung von Banden und Boden abzuprallen, das ist gar nicht schlecht. Kannst du diese... Wenn du die Welten hast, wo du irgendwo rangebombt wirst, könnte das ein bisschen ausgleichen. No. 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 die Maus, da weiß ich da kann ich gerade drauf achten die ist so schnell und klingt Alter Alter, der Tom ist ja übel schnell What the fuck Oh, und da noch die Maus ständig Alter, die Brautpfanne What the fuck Okay, das ist interessant Und das sind sie zwischendurch? Also dadurch, dass du auf der Maus auch noch ständig guckst Das ist schon eine ganz übel die Kombination Okay Alter, wie oft ich hier irgendwas kassiere Ich kann es ja noch kennen Jetzt hau doch mal ab Die Brautpfanne, Alter Alter, die Brautpfanne ist heftig, oder? Also ich, ich hatte halt Tom, ich glaube Tom und Jerry hatte ich noch nie als Gegner Und ich habe auch keine Ahnung, was da passiert ist Okay, da hat uns alle, hat alles rausgepockt Also so, so krasses Zeug Und dann war alles ja auch immer in diesen Nebel gehüllt Das war auch schwierig, das Match, auf jeden Fall Also richtig krass Ich glaube, da muss ich was nehmen, wo ich ran kann Mal schauen Gucken wir mal Okay So 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 Dann nehmen wir das, was du hast So So Nach oben Okay Treffer beträgt So 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 Die übrigens Xbox Total Wie? Wie wir da Total das Xbox Ach guck an Du wirst das Spiel Neues Ah stimmt, ist das wirklich Xbox Ja prepare yourself Stimmt, da haben wir gerade noch drüber geredet ne zack sieht man da ist noch nie in xbox spieler gesehen ausrechnen also ich wollte echt überrascht wie die krasse abgeht bin ich ganz ehrlich ist aber ständig noch von der maus im rücken geschossen und da noch was schon okay aber mit dem finn kann ich eine bildung druck setzen da kann man nicht ganz so von weiten ballern ist immer gut ja 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 Ja, oh, schade. Ich hätte fast nur Luft, also... Jetzt! Pisser. Jetzt ist das Wurs. Immer noch nicht. Alter, 170 Prozent. Das könnte Rekord sein. Ja, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war schon ziemlich krass gerade. Alter, 209 Prozent hatte ich, wo ich rausgeflogen bin. Alter. Das ist schon... Das war mir schon krass, die Runde. Ja, wenn er... Also Tom ist, wenn er Platz hat, ist er assi. Wenn du an einen rangehst und voll in Konfrontation gehst, geht's. Weil er da nicht so von Weitem ballern kann den ganzen Mist, weißt du? Aber in der vorigen Runde kommen wir nicht ran an den Kunden. Und da ist scheiße, aber mit einem Finn kann ich eine gut rausnehmen. Weil der... Das kommt doch zu nix. Aber ansonsten ist da ganz schön krass der Typ, also... So. Rüstung noch. Wiedereinstieg ist dann sicher, war nicht ganz Schlacht. Oh ja. Na gut, guck mal mal. Jo. Das ist alles entscheidend, Mensch. Hm, hm, hm. Let's hope this isn't a never-ending battle. Stand back! Na genau, und jetzt muss ich... Jetzt muss ich ran. Wenn der weit weg steht und ballert de ganze Zeit, das ist schlecht. Ich setz dich unter Druck, du Pisser. Du willst oder nicht? Ja, das darf halt nicht passieren, wenn der die ganze Scheiße hier schleudert. Nein, ich schieb sie und so, brenne ich dir noch mit. Nein. Nein! Oh! Das ist ein dreckiger... Ja, dieser Tom, das ist echt der Ewelster... Das ist der Ewelster Charakter von Weiden, einfach Spam. Richtig, ja, richtig, ja... Wieso es so muss? Oh! Was? Was? Ne, waren wir noch nicht? Oh! 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 30 minuten sehr schön und dann schauen wir mal meine lieben freunde wie es ausgeht wenn ich zum beispiel auch noch nie wie gesagt ich bin sehr viel projekte hat fast 1000 also fast nur noch aus dem regen das war ganz viel okay interessant für mich weil ich beide charaktere also weder tom noch die als gegnerin hatte deshalb mal gucken ist schön zu sehen und alles in einer folge aber das meiste würde ich schon sorgen werden sie zumindest in den aufnahmen wenn man so guckt meistens eigentlich sowieso playstation viel immer gespannt also wie gesagt wenn es nur auf mobile und so wie du gesagt hast das denke ich weiß doch noch passiert guck mal jetzt kriegst du den scheiß schüler also das ist das wort das ist ein bisschen geschossen. Das ist ein süßes Wort. Das ist immer für uns. oh es hat nicht ganz gereicht also welmer die geht ja übel steil die geht ja mal übel steil sag ich in verbindung mit tom aber übel machen drüber springen wahrscheinlich nein nein aggressiv voll aggressiv haben es gerannt okay die 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 sagen also krass finde ich aber ich habe nichts verstanden was sie gemacht hat dies haben irgendwelche beweise und dann auch interessant also fand ich interessant auf jeden fall also es ist schon ich glaube ich habe jetzt also jetzt dürfte ich allemal als gegner gehabt haben was wäre denn mein persönliches ranking also also tom und jahri fand ich also ich muss persönlich sagen ich finde geordnet als gegner richtig scheiße superman gefällt mir auch nicht durch das wegfliegen aber an nur das komische und diesen normale punches das sind so die zwei typen für die asie wanderung ist mit meiner extrem selten irgendwie geschweig noch spielt deshalb war gröntner an der selbst geordnet haben wir der letzten aufnahme ständig gesehen jetzt gar nicht mehr geordnet ja und lebron james habe ich keine ordnung was mit dem los ist ja kein mensch nachher mit gemerkt dass er scheiße ist ja was soll man dazu sagen schreibt mal eure tierlist rein das war meine aufnahme wo man richtig kassiert haben straffen soll das auch mal sein ein paar aufnahmen haben wir gerult da haben wir kassiert so spielt leben aber wir sind uns nicht zu fein auch so was hochzuladen denn wir sind ja nicht wie andere leute die nur siege hochladen das ist einfach nur traurigkeit deswegen ja wenn es euch trotzdem gefallen hat wie wir nicht gewohnt haben dann lasst man da oben da es wird uns freuen euch auch wieder begrüßen dürfen ja der nächsten runde multiverses wenn es dann denke ich wieder besser aussieht hoffentlich bis dahin leute macht's gut tschau 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 tsch